Hallo Weiden! Viele fragen sich ja, was macht Benjamin Zeidl eigentlich beruflich? Ich arbeite für den Learning Campus. Einen der größten Erlebnispädagogik-Anbieter in Weiden. Wir betreiben Waldkindergärten, Schulen und machen auch Hochsaalgärten für Anschulandheimen und das werden wir heute anschauen. Die Staatsministerin Frau Schreier besucht uns im Heiligenhof in Bad Kissingen. Wir würden uns dort besuchen, welche Arbeit wir dort machen. Im Jahr betreuen wir dort 4.000 bis 6.000 Kinder und da bekommt ihr heute mal ein bisschen einen Einblick, wie wir dort arbeiten. Ich freue mich drauf und ihr dürft auch gespannt sein. Ich wünsche euch viel Spaß dabei!